Das Grand Hotel Masseria Santa Lucia liegt in Ostonie in Apollin. Das Grand Hotel Masseria Santa Lucia ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel. Weiter, 41 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,8 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail. Bei Gastronomie, außerordentlich gut werden die Speisen und Getränke sowie die Atmosphäre und Sauberkeit des Restaurants des Hotels von den Gästen bewertet. 5,4 Sonnen erzielte diese bei der Bewertung der Gastronomie. Hotel allgemein Die Gäste geben dem Hotel für den Zustand allgemeine Sauberkeit sowie Freundlichkeit des Personals eine sehr gute Bewertung von 5,1 von 6 Sonnen. Sport und Unterhaltungsprogramme Die Gäste sind mit dem Angebot an Sport und Unterhaltungsprogrammen sehr zufrieden. Das Hotel erhält in dieser Kategorie 5,1 von 6 Sonnen. Service Das Hotel bietet eine gute Servicequalität und wird in diesem Punkt mit 4,8 von 6 Sonnen. Bewertet Zimmer Dank der guten Sauberkeit, Ausstattung und Größe der Zimmer vergeben die Gäste hierfür 4,7 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung Die Mehrzahl der Gäste bewerten das Hotel als gut gelegen. Es erhält für die Lage 3,8 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.